Liebe Zuschauer, die Themen Gesundheit und Medizin, die spielen eine immer größere Rolle und da rücken natürlich auch die Kliniken immer mehr an den Fokus. Und darüber sprechen wir heute mit dem Regionalgeschäftsführer der renommierten Asklepius-Kliniken in Hessen, Dr. Christian Höftberger, herzlich willkommen. Vielen Dank. Der Begriff Asklepius ist ja vielen bekannt, aber was steckt denn eigentlich hinter dieser Marke? Asklepius ist ein in Familienhand befindliches, privat geführtes Gesundheitsunternehmen. Wir sind einer der ganz großen in Deutschland, haben in ungefähr 150 Einrichtungen ca. 47.000 Mitarbeiter und betreuen auf etwa 25.000 Betten, um ein paar Zahlen zu nennen, ca. 2 Millionen Patienten jährlich. Bevor wir gleich weiter über die Kliniken sprechen, kurz zu Ihnen. Sie sind ja durch und durch Europäer, sind in Salzburg geboren, haben dann auch in Österreich und der Schweiz studiert und sind dann über Umwege Gießen und Hamburg dann irgendwann in Wiesbaden gelandet. Kulturschock oder ist es ganz schön? Nein, es ist ganz schön, es ist überall dort schön, wo man sich wohlfühlt. Ich fühle mich hier wohl. Es gibt eine spannende Aufgabe, ein tolles Unternehmen, ich glaube eine ganz, ganz spannende Branche. Und das Heimweh kann man im Jahr 2018 ja gut kompensieren, indem man manchmal in die Berge fliegt. Trotzdem noch die andere Frage, als Jurist und Wirtschaftsfachmann, will man vielleicht in eine andere Richtung gehen oder war das bei Ihnen schon von der Pike auf klar, dass Sie eigentlich in Richtung Gesundheit und Klinikmanagement gehen wollen? Für mich war das relativ schnell klar. Ich habe mich in der Schule engagiert im Jugendrotkreuz. In Österreich ist es die Jugendorganisation des Roten Kreuzes. Ich war Schulsprecher und bin über den Rettungsdienst dann in diese rettungsdienstliche Ecke gekommen. Kommen aus einer Juristenfamilie und um das zu kombinieren, war sozusagen Krankenhausbetriebswirtschaftslehre und Juristerei aus familiärer Verbundenheit der Weg für mich. Und wie gesagt, seit 2017, seit Juni 2017 sind Sie verantwortlich hier für den Bereich Hessen. Schauen wir doch auch mal ganz konkret auf die Asklepios-Kliniken hier in Hessen, die es gibt. Welche Standorte und vor allem welche Schwerpunkte haben wir denn da? Ja, wenn man sich Hessen anschaut und von Norden in den Süden denkt, dann geht es oben in Hessen los in Nordhessen mit den Kliniken in Schwalmstadt, in Melsungen. Wir haben mehrere Kliniken in Bad Wildungen. In der Mitte Hessens haben wir die Klinik in Lich und im Südhessen im Rhein-Main-Gebiet neben der Klinik in Wiesbaden, wo ich meinen Dienst jetzt habe, die Kliniken in Langen und Zelligenstadt. Das sind die Standorte und ich als Patient jetzt, egal was ich habe, muss ich mir dann erstmal Gedanken machen, ich habe jetzt dieses Gebrechen oder das tut mir weh. Kann ich denn zu Ihnen kommen oder kann ich in jedem Fall zu Ihnen kommen? Ja, Sie können in jedem Fall zu uns kommen. Wir betreiben Kliniken der Grund- und Regelversorgung. Unser Credo ist, wir haben offen für Sie, wir sind da, wir stellen die Versorgung sicher. Dort, wo wir anstehen, weil die technischen Möglichkeiten, unser Know-how oder unser Versorgungslevel es nicht hergibt, organisieren wir sozusagen die Weiterleitung von Ihnen als Patient. Sie sind in guten Händen, wenn Sie da sind und werden fortbetreut. Wir schicken Sie oder begleiten Sie zu einem Kooperationspartner, zum Beispiel bei einem Eingriff, den wir nicht machen können, weil wir die technische Gerätschaft nicht haben und sie an eine Uniklinik transferieren müssen. Genau, Kooperationspartner, wollte ich gerade schon sagen, Uniklinik oder eine andere Privatklinik. Genau, das muss nicht zwingend im Konzern sein. Im Konzern sind wir sozusagen natürlich eng verbunden. Wir haben Behandlungsregime, wir stimmen uns ab, unsere Chefärzte kennen sich. Aber es gibt eine Reihe von Kliniken, mit denen wir kooperieren, auch außerhalb unseres Konzernverbunds, wo wir Leistungen sozusagen bei dem Kooperationspartner abrufen. Schauen wir doch mal ganz konkret auf das Beispiel in Seligenstadt, denn wir waren heute Morgen mit dem Team bei Ihnen. Und da ist uns gleich aufgefallen, dass es eine besonders familiäre Atmosphäre sowohl unter den Angestellten gibt, als auch unter den Mitarbeitern und den Patienten. Ist das so typisch für Asklepius oder ist das da ein besonderes Beispiel? Es freut mich, dass Sie das wahrnehmen. Es ist, glaube ich, in Seligenstadt in der Tat ein besonders ausgeprägtes Beispiel. Wir bemühen uns aber an allen Kliniken, dass wir die Mitarbeiter tatsächlich mitnehmen, in ihren Bedürfnissen abholen. Die haben einen verdammt schwierigen Job, 24 Stunden, jeden Tag des Jahres, auch wenn wir Weihnachten feiern oder die Silvesterraketen in den Himmel schießen, sind die im Dienst. Wir schauen, dass die Mitarbeiter sozusagen tatsächlich zufrieden sind, unter schwierigen Rahmenbedingungen das Bestmögliche sozusagen zu organisieren. Wir versuchen, die zu entlasten. Wir haben Modelle für die betriebliche Gesundheitsprävention. Wir bieten Betriebskindergärten und eine ganze Reihe von Strukturen. Und dementsprechend, wenn ich als Mitarbeiter zufrieden bin, wirkt sich das natürlich auch auf den Patienten aus. Ja, viele unserer Mitarbeiter, in der Tat, Sie sagen es, viele unserer Mitarbeiter wohnen lokal im Umfeld der Klinik, sind dort sozialisiert und sind natürlich Meinungsbildner für uns. Wir haben es eben ganz kurz angesprochen, die Kooperation mit anderen Kliniken beispielsweise. Wie wichtig sind denn unterschiedliche Träger für die optimale Patientenversorgung? Stichwort Trägerpluralität. Die Trägerpluralität ist ein wichtiges Argument. Es gibt, wenn man das Sozialgesetzbuch anschaut, drei unterschiedliche Trägergruppen. Es gibt öffentliche Krankenhäuser, frei gemeinnützige und privat geführte Krankenhäuser. Und diese Trägerpluralität will das Sozialgesetzbuch haben. Und ich glaube, es macht durchaus auch Sinn, weil nicht jeder alles gleich gut kann. Alle Trägergruppen spezialisieren sich sozusagen auf bestimmte Angebotspaletten. Es gibt öffentliche Maximalversorger, die Unikliniken etwa, die mit hohen Vorhalteleistungen für Spezialthemen, Strukturen vorhalten müssen, die man nur mit ganz großen Stückzahlen sozusagen auch rechtfertigen kann, weil man nur dann routiniert und trainiert ist. Und das geht einfach nur in einer öffentlichen Trägerschaft. Und so gesehen ist das was absolut Gutes und hadern wir nicht damit. Herr Dr. Höftberger, über ein Thema müssen wir unbedingt sprechen, das Thema Pflege. Das steht ja im Moment nicht nur in der Politik, ganz oben auf der Agenda. Wie ist da bei Ihnen die Situation? Die Situation ist flächendeckend. Und auch bei uns so, dass wir viele, viele Stellen unbesetzt haben, nicht weil wir die Stellen nicht hergeben als böse Kaufleute, sondern weil wir sie nicht besetzen können. Es gibt also bei Asklepios bundesweit sicher mehrere hundert Stellen, die wir aktuell nicht besetzen können. Das liegt an einer wahrscheinlich über ganz viele Jahre nicht wahrgenommenen Wertschätzung dieser wichtigen Berufsgruppe gegenüber. Das geht bei der Bezahlung los, führt über Rahmenbedingungen. Wie organisiere ich eine Station, einen Nachtdienst, zu wie viel wird dieser Nachtdienst, in welchen Gruppengrößen werden diese Nachtdienste organisiert. Aber geht auch dann dahin, wie viele Leistungen, wie viele Arbeitsschritte, die muss eine examinierte Pflegekraft machen, die für bestimmte Arbeitsschritte vielleicht überqualifiziert ist. Was kann jemand ersetzen mit einer anderen Qualifikation, um diese Pflegekraft zu erleichtern? Da sind wir mittlerweile alle Trägergruppen dran, uns Modelle zu überlegen, welche supportierenden Berufsgruppen, ergänzenden, unterstützenden Berufsgruppen gibt es. Damit sich der Pfleger dann wieder auf den eigentlichen Job konzentrieren kann? Damit sich die examinierte Pflegekraft auf den eigentlichen Job konzentrieren kann. Herr Höftberger, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Welche Bedeutung hat denn die Pflege, wenn man mal schaut, wie viele Ärzte gibt es im Krankenhaus und wie viele Pflegekräfte? Ja, wenn man das so über den Daumen an einer Klinik wie zum Beispiel Seligenstadt sich anzieht, dann haben wir ungefähr bei den Mitarbeitern 260 Mitarbeiter in Vollkräften ausgedrückt, in Seligenstadt würde ich glauben. Dann haben wir wahrscheinlich 20 Prozent dieser Mitarbeiter Ärzte und rund 60 Prozent der Mitarbeiter kommen aus dem Pflegedienst und dem Funktionsdienst. Wir unterscheiden diese zwei Berufsgruppen. Der Funktionsdienst sind die Pflegekräfte, die im OP, auf der Intensivstation, bei der Endoskopie in bestimmten Funktionsbereichen arbeiten. Und da haben Sie durch und durch Bedarf. Und wenn jetzt jemand sagt, ich würde gerne mitarbeiten, wo kann er sich informieren? Dann kann er sich informieren über unsere Homepage. Er kann aber auch einfach googeln. Wir haben vier große Bildungszentren in Hessen an den Standorten Bad Wildungen, Lich, Wiesbaden und Dreieich, wo wir über 800 Ausbildungsplätze anbieten. Da ist für jeden was dabei, für jedes Interesse kann man hier was lernen. Vielen Dank an Christian Höftberger, den Regionalgeschäftsführer der Asklepios Klinik in Hessen. Dankeschön für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Vielen Dank.